Das war eine wahnsinnige Erfahrung. Das ist wirklich eine Erfahrung fürs Leben. Es war eine wahnsinnige Erfahrung für uns. Also es war wirklich wie ein Traum. Wir sind die erfolgreichsten innerhalb Österreichs. Wir haben elf Teilnehmer gehabt und haben sieben Medaillen abgeräumt. Zweimal Gold, zweimal Sieber, dreimal Bronze. Und ein Kollege ist sogar der beste Teilnehmer Österreichs gewesen, der aus der Steiermark kommt. Und genau das ist der Motor für unser Land. Unsere Betriebe, Unternehmen können nur erfolgreich sein, wenn wir hervorragende Fachkräfte haben. Und das haben wir in Abu Dhabi erlebt. Man hat da ganz hart hintrainiert das ganze Jahr. Alles in allem. Insgesamt 600 Stunden. Großteils in der Freizeit. Und wenn man da nachher an dem Fahren mitreden kann, ist es halt ein Wahnsinn einfach. Ich bin sehr stolz darauf. Das ist ein Zeichen dafür, dass die duale Ausbildung wirklich funktioniert. Dass sie Zukunft hat und dass Lehre und Meister sein in der Zukunft. Ich denke, dass wir in der Steiermark sehr gute Ausbildung genießen dürfen. Durch das duale System. Also generell in ganz Österreich. Und die Steierer haben natürlich ein gutes Blut. Und das passt schon. Nachdem ich ja selbst Augenzeuge war, auch diesen Leistungen, kann ich nur sagen, großartig internationale Weltklasse. Man kann sich nur darüber freuen. Und auch so quasi ermuntern, dass die jungen Damen und Herren auch Vorbild sind für die Nachkommen. Ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Also das schönste Souvenir habe ich um meinen Hals hängen.